Die Beordnung ist eine 1.55 mm Kanone. Die Panzerhaumbitze 2000 ist auch in der Lage, aufgrund ihrer computergesteuerten Technik, den Feind als einzelnes Geschütz mit sogenannten Salben zu bedecken. Das heißt, mehrere Schüsse werden abgegeben, während das Ohr erhöht wird und somit wird eine komplette Feuerlinie gezogen, die aus bis zu 8 Schüssen bestehen kann. So, wir werden nun den Motor des Paterstaat. Die Beordnung ist eine Art Schüssenste, die aus dem Motor des Paterstaat. Vielen Dank.